Ich, der Hans-Werner-Kowalski, muss mich mal zu Wort melden. Kein Regenbogen, keine Regenbogen-Arena bei dem Fußballspiel Deutschland gegen Ungarn. Ja, da hat der Fektor sich durchgesetzt, oder die UEFA, oder wie die heißt, das heißt UEFA, UEFA, genau, hat der Fektor denn sicherlich richtig Geld gegeben, damit die sich durchsetzen. Das hat doch nichts mit Politik zu tun. Das hat was mit Freiheit, mit Menschenwürde. Und dass dann das verboten wird, das kann ich nicht verstehen. Hör mal, ich hätte gerne mal deine Meinung dazu. Außer nur in den Kommentaren schreiben, ich bin dagegen, ich bin dafür. Ich bin, meine Meinung willst du ja wissen, na gut, dann sag ich dir, ich bin dafür, dass man die Regenbogenfarben macht. Warum nicht? Und über den Fektor Orban, oder Orban, oder wie der heißt, weiß ich nicht, Orban, Hesse, Orban. Ja, darüber, da würde ich extra Video machen. Aber wenn der das dann hört, dann versperrt der mich. Also dann sperrt der mich ein. Schreib drunter mal deine Kommentare. Ja oder nein, oder ein paar Zeilen mehr.